Gib mir Rückendeckung! Ich schaust gerade eine Grenade. Tja. Entschuldigung! Der sieht mir schwer nach einer Sniper aus. Drei! Tja. Entschuldigung! Tja. Entschuldigung! Tja. 3 das ist ein Freund die Feuer alles bin das Sniper im ist mehr die Galt Also man kann bestimmte Waffen hier so anlegen, wie ihr seht. Man sollte trotzdem Granaten immer wieder ausweichen. Hab ich ihn? Naja. Spielspass muss sein. Wo ist denn der? Hey. Nächster. Tut mir leid, ich ziele lieber vom Sofa aus. Ja tut mir... Oh. Die sind ja oben. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Und guck mal an dir. Das wüsste ich doch. Gutes Timing. Weiter doch. Gutes Timing. Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie, grabt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn, komm schon. Ja. Mh. 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 Oh. Oben links unsere Mission. Da wissen wir ja schön nach was besuchen müssen. Oh. Geld. Ich glaube wenn man da jetzt was nehmen würde. Wer ist plündern. Schubs. Okay. Dann geht's gut. 20 Meter runter. Langsam und lasse. Lass es sein vorsichtig runter. Ich bin aber ne Schwindel verteilt. Aber was? Ja. Da wissen wir ja, dass die Bälle für drei. Ja. Du hältst den Stand. Backburn. Gut gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Haltet Spannung auf dem Zeil. Wie denn? Ich hörde auf dem was. Wird schlimm sein. 2 Enemies. Blackburn. Haltet eine Blendgranate bereit. Äh. Ich seh das du getroffen bist. Okay das ganze Geld flöten. Ah. Ich bin getroffen. Sturrilite. Lalalala. Ja. Geh. Entdeckung so dickig. Ich will den Schießen. Ja der Tatsache dass man sich kaum was im Spiel sieht. Ich bin es immer noch. Immer. Noch zu geil. Um wahr zu sein. Hilfe. 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 Habt ihr gesehen, wie perfekt die Granate war? Blut! Ja, du musst nur eins davon alles sagen. Ja, das liebe ich aber auch an Battlefield 3. Du bist nicht ein Special-Einsatztrupp, was für das Unmögliche gemacht worden ist. Hier in Battlefield bist du einfach normalen Truppen. Das sind normale Squads. Aha, da wurde das Unscope umgebracht. Hey, bleibst du jetzt mal tot? Ey, die Lichteffekte sind einfach so geil. Die kommen hier wohl nicht rum. Herum. Kommt sie einfach mal. Die Lichteffekte sind einfach so geil. Dann müssen wir hier mit einem Spielstil skipping. Ja, das ist noch nicht mal. Gehe mit dem Hüterland. Er soll uns dann doch mal gut ab ihr dabei sein. Gehe mit dem Hüterland. 어야, das ist noch nicht genau. Kümmern euch mal um die Typen. Warum haben diese arabischen Soldaten G3s? Oder was das hier sein soll. Das nennt man Sperrfeuer. Selber Penner. Aber wir wissen, das ist was. Vielleicht versteckt sich hier noch einer oder da drauf oder dahinter oder da unten.